Musik 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 Krass ey, das sind echt Riesenviecher, die ganz schön bissig sind, ey. Alles voll mit Ködel. Er war der Blick, ist auch ein bisschen beschützend. Oh, hey, Ködelkacke. Entschuldigung, Mann. Ich habe einen Sonnenbörnie, wie sonst was. Autsch, schnell was zu essen. Daran muss ich nicht noch gewinnen. Da läuft auch noch ein Mensch. Ich habe einen Mensch gesehen. Es ist alles, keine Ahnung. Ich sehe sehr, es ist relativ warm. Relativ. Ich weiß nicht. Äh, wo, wo? Sehe ich das überhaupt gut? Ich erkenne ihn nicht mal. Ja, fand ich auch. Von Zwergen. Zwergen, genau. Gehege von Zwergen. Für mich ist das irgendwie eine andere Höhle. Äh, Höhle. 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 Witzig, wie die Treppen da ändern. Witzig, wie die Treppen da ändern. Enden. Kurri. Cole. Coleieren. Coleern. Schloch. Hier und da und einem. Annamnamnamnamdamm. Jetzt gehe ich mit euch aber eine. Jetzt gehe ich mit euch aber ein. Einen. Mann. Tief noch ein Hühnchen mit dieser Schluch. Zu knüpfen. Zu rupfen. Aber die mache ich, wenn dann ganz hochkonzentriert. und ohne meine Klamotten. Also was ich an habe, natürlich schon. Ich glaube, ich bin glaub ich. Ich glaube, ich bin glaub ich. Mit den Tausenden, mit den Hunderten, mit den... Genau. Lavi Club. Ach Ellie, warum machst du denn sowas? Ach Ellie, warum dann? Ach Ellie. Oh Gott, mein Gott. Ganz langsam gehen dann... Ah, wackelt sie mich so. Heilige Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Heiliger Bum Bum. Ich kann nicht mehr laufen, um die Kamera aufzuschauen. Danke. Oh Gott, hier sind viele Fliegenmücken, alles. Wir haben ganz viele Mücken. Ne, so viele. Ihr müsst nach unten fliegen und raus, dann könnt ihr duschen und abhauen. Oh, eine Weinbergschnicke. Jetzt geht's aber los. Hallo? Ich richte ja Mundporno. Das sagt man nicht. Hi. Danke. Falls ihr euch fragt, was diese Tasche... Erkunden... Hi, ich bin Ellie. Und der kommt noch. Der Berg hat sie. Sag mal. Flugzeuge, was habt ihr denn für eine Mission heute? Kurze Bestandsaufnahme? Oh, naja. Oh. Oh. Überall Menschen. Was ist das denn hier? Geh doch weiter. Ich fasse diese Trügens an. Komm, ja. Ein super Winke-Winkel. Überall Menschen. Hey, hey, hey. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich muss noch mal kurz, aua, oh, Fußgesicht, Mensch. Oder es ist verdammt wenig. Werf einen Blick auf die Karte. Falsche Bewegungsrichtung erkannt. Werf einen Blick auf die Karte. Gerade auf so. Bei nächster Möglichkeit rechts halten. Ja. Zeichen habe. Rechts halten. Ja. Na gleich, Madame. Ich muss erst mal ankommen. Dann kann ich umkehren. Komoot, halt doch mal den Mund. Du musst nicht alles dreimal wiederholen. Und ganz besonders dann nicht, wenn ich in die richtige Richtung laufe. Jetzt wollte ich meine GoPro fast schlapp machen, wo ich nur dachte, hä, du bist doch wasserdicht. Stell dich jetzt mal nicht so an. Weil man sagt, sie keinen Akku erkannt. Wo ich nur denke, wie kannst du mir das sagen, wenn du keinen Akku in der Hand hast? Äh. Ich gehe gleich duschen. Das ist wie Dusche. Einfach mal richtig schön auseinandernehmen. Dann meckern die Beine erst recht. Ich bin ja auch nicht mal die Jüngste, ne? Das ist ja noch weit weg. Und ich habe Pesemauken. Obwohl ich duschen war. Immerhin konnte ich duschen. Gute Reise. Gute Beste. Warum mache ich immer so verrückte Sachen? Sonderes. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber doch. Ich bin ja auch. Untertitelung des ZDF, 2020